Mit dem Nieskübel. Mit was? Mit dem Nieskübel, weil der war so zu getrunken, der mich nicht raufbaut hat. Und der Bertrand hat das so ein bisschen reingedrucht. Also jetzt geht er wieder auf. Ich lasse ihn mal. Du darfst ja verregnen. Ne? Du darfst ja verregnen. Anfahrtszeit aus Lund. Das ist das Leon. Der Künstler. Das ist die Riedelung. Und den Künstler.